Wohlen Sie voraus! Armando, wir sind bereit! Verstanden! An die Arbeit! Ich bin eingehakt! Ich hoffe es auf Sie! An alle Shadows, die Rakete ist auf dieser Plattform. Ich will eine vollständige Eindämmung. Alles klar! Drei Alcantara im Inneren! Gehen rein! So, nach rechts, alles sichern! Raum gesichert! Komme raus! Verstanden! Selle 1, unterwegs zur südleistlichen Treppe! Flüchtlinge gerichtet heute! Alles klar! 2,! Das ist eine Verdeckung, du! Sicher! Da kommt hier! Ganz oben! Da kommt hier! Ganz oben! Roger! Flüchtlinge! 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 Finces Cabrones wissen, dass wir hier sind! Sie müssen uns beeilen! Alle Shadows! Ausschwärmen! Ich will den Container sofort überwacht haben! Zwei bestätigt, unterwegs! Wir müssen los. Habt ihr, Miss Kai. Komm schon, Hermano, los geht's. Shadow 1, Ghost, Leuchtsignale von der Bohrinsel gesichtet. Wie soll ich das? Schauber! Ghost, Sie signalisieren dem Schiff. Sie werfen die Arquete starten. Jetzt ist der erste Schwung und wir haben noch Zeit. Alle Shadow, alle Shadow, verliebt das auf dem Heli-Pers. Ich greife das, die wir uns decken lassen. Meine Damen und Herren, ich war einbeschädig. Doch, nach Robins, he. Bring ihn nach oben, Flur! Ich geb Deckung! Ausvermehr dich selbst, Sergeant! Weiter! So, knifft die Treppe! Flakier sie! Einer rückt vor! Wir gehören uns! Was ist hier? Geh nach oben! Los! Geh nach oben! Los! Vorhandel hier Stellung 1. Vorinsel gesichert. Verstanden. Bestätigen, wenn das Ziel neutralisiert wurde. Öffnen! Wo ist die Steuerung? Auf dem verdammten Schiff! Kommando, es gibt ein Problem. Rakete ist scharf. Die Steuerung ist auf dem Schiff. Sie haben Ihre Befehle, Junge. Die Rakete darf nicht stoppen. Alejandro, Feuerschutz. Sogt mir nach. Wir gehen auf das Schiff. Ich gebe euch Denkung, Hermano. Einhaken, Sergeant! An alle Einheiten! Raketensteuerung gesichtet! Nicht wiederholen! Raketensteuerung der Brücke! Verstanden! Los! Los! Ausrücken! Los! Hier ist 0 und 1! Wir sind wieder im Wasser! Näher und Sonderposition! Verstanden! Wir stehen unter Beschuss! Euer Empfang betreut! Verstanden! An decken müssen wir zur Brücke! Schnell! Wir sichern die Steuerung und stoppen die Rakete, klar? Wie kommen wir an Bord? Über die Rappe! Verstanden! Warten! Stürzen wir uns ins Feuergefecht! Verstanden! Die Raketensteuerung ist auf dem Zweifel! Sie müssen den Stort verhindern! Alejandro, haltet ihr von der Bohrinsel aus Wache! Wir holen dich nach oben zurück! Und dann nötig! Okay! Aufschlaut! Die Container ist auf der heutigen Deckung! Das ist auf der Falle der Kräste! Nichts von dir! Wir sind nach oben vor! Wir gehen! Achtung auf die Container! Heute erledigt! Das ist auf die Ecke! Ich sehe die Brücke! Oberleger! Wir kommen auf der Seite zu schwimmen! Wir müssen in dieser Tür! Wir kommen auf! Wir kommen auf! Schöpfung weg! Du blöd! erem nur eine Zeit! Das sind wir bei uns rein! Komm! Wir kommen auf das Schlagers! Wir gehen! Wir kommen auf die Innere Ausflhen! Wir kommen auf dem Motto Fert 17! Das war's. Da, da, da! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Los, rein da. Okay, haben die Steuerung. Linken uns ein. Komm schon, Baby, komm schon, Baby, komm schon, Baby. Fuck. Können sie nicht entschärfen. Wieso nicht? Es ist zu spät. Gibt es keinen Abbruchcode? Tja, also dieses Fenster hat sich wohl geschlossen. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. 1, Rakete ist in Startphase und zündet gleich. Bitte komm. Verstanden, Shadow. Dann müssen wir sie sprengen. Verstanden, Kommando, bitte warten. Soop, ran an die Steuerung. Wir müssen das gemeinsam machen. Jetzt tickt die Uhr, also müssen wir uns sputen, Bruder, okay? Zwei Mann, Job, Soop. Ran, erledigen wir es, ja? Bin drin. Kommando, sind an der Steuerung. Was ist der Befehl? Geben Sie den SNS-Code ein für die Detonation. Was ist ein SNS-Code? Sprengung nach Start. Wir zerstören die Bohrinsel mit der Rakete. Alejandro ist noch dort mit den Shadows. Alle Einheiten, räumt die Bohrinsel. Wiederhole, räumt die Bohrinsel. Leute, wie viel Zeit haben wir? Eine Minute. Verstanden, in Bewegung. Los, an die Steuerung, Soop. Aktiviere den Diagnosemodus, um den Lock-In zu umgehen. Soop drückt die Tasten Clear und Mode gleichzeitig. Erledigt. Erledigt. Moment, was passiert hier? Nur etwas Technik-Magie. Okay. Jetzt brauche ich die letzte Ziffer in Reihe zwei, Spalte eins. Äh, wie Lima. Negativ. Reihe zwei, Spalte eins. Nochmal. Null. Negativ. Von vorn. Reihe zwei, Spalte eins. Acht. Negativ. Nochmal. Sieht aus wie eine Acht. Negativ. Reihe zwei, Spalte eins. Nochmal. Graves, sie startet! Das neue Ziel wurde nicht bestätigt. Sie wird in New Orleans einschlagen. Erledigt. Moment, was passiert hier? Nur etwas Technik-Magie. Okay. Jetzt brauche ich die letzte Ziffer in Reihe zwei, Spalte eins. L, wie Lima. Negativ. Reihe zwei, Spalte eins. Nochmal. C, wie Charlie. Perfekto. Ihr Ziel ist New Orleans. Nicht mehr. Ziel aktualisiert. Drück Execute und das war's. Genießen wir unser Werk, Sergeant. Und Abschuss. An alle! Achtung, gleich knallt es! Rackete abgefeuert! Sie sind wunderschönen Scheiße! Heilige verdammte Scheiße! Alejandro, alles okay? Heilige Mutter Harte! Der Vater Mars ist an! Alles okay? Okay? Besetzt ihn, und hier? Hier ist alles gut, Hermano. Gold Eagle, hier Shadow 1. Treffer! Treffer! Rakete und Brunzel zerstört! Verstanden, Shadow 1. Gut gemacht. Jetzt raus da und nach Hause. Soap, Ghost, danke für die gute Arbeit. Verstanden, Kommando. Zurück zur Basis, Männer. Was ist das? Nur die unmittelbare Zukunft. Trete zurück. Was? Ganz recht. Bist du irre? Das ist meine Basis. Keine Basis. Es ist eine beträchtliche Geheimanlage. Und ich mag sie, also. Nehme ich sie. Ihr wurdet freigestellt. Danke für eure Dienste. Nein, nein, nein. Du kannst mir nichts befehlen. Hat nicht Valeria sowas gesagt? Da frage ich mich doch, was ich sonst noch wissen sollte über deine Verbindung zum Drogenhandel. Was zum Teufel hast du gerade gesagt, wenn der... Du bist zu weit, Graves. Tut das nicht. Tut das nicht. Ich will kein Blut vergießen. War das eine Drohung? Soldat, ich bedrohe nicht. Ich gebe Garantien. Also ganz locker. Ich rufe Shepard. General Shepard lässt schön grüßen. Er wusste, ihr würdet das nicht gut aufnehmen. Wer weiß davon? Er hat mich zum Befehlshaber dieser Operation gemacht. Also haltet alle den Ball flach. Zeit, dass die Profis hier übernehmen. Und warum tun wir noch so, als hättet ihr irgendetwas zu sagen? Ich habe Befehle. Und ihr jetzt auch. Und für wen hältst du dich eigentlich? Gabron! Meine Männer sind da drin! Ich fürchte nicht. Deine Männer wurden... ...verhaftet. Graves, was Zeugers! Hände weg! Glaub noch mal! Los, Johnny! Verschwinder! Sam, geh! Geh! Geh, los! Hörst du, Ghost? Das war ein großer Fehler, Bruder. So hätte es nicht laufen müssen. Das war ein Mistkerl. Findet sie! Das war ein Mistkerl. Das war ein Mistkerl. Da geht's! Da geht's! Da geht's! Nein! 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 Wir checken. Achtung auf die Briefe. Verstattet. Schicke einen Transporter für die Gefangenen zu eurer Position. Bereit ein Tor! Verstärkung! Neun Meter Platz! Schnell! Hier ist Bravo 7-1, sende blind. Hört mich wer? Ghost, hier ist 7-1. Kannst du mich hören? Ach, wo steckst du, Ghost? Soap, hier ist Ghost. Hörst du mich? Johnny? Johnny, hörst du mich? Bestätigt. Dachte, du wärst tot.